Hallo meine Lieben, ja ähm, erstes Video, Roblox, ja ihr wundert euch, das ist eine Ankündigung für ein kleines Projekt hier auf meinem Kanal, das erste Projekt, das ich überhaupt beginne, ich fand das Spiel schon immer ziemlich interessant, ihr könnt hier einen meiner Parks sehen, die ich schon seit Monaten bearbeitet habe, und das ist irgendein Typ, der mich jetzt ab, der schon seit ein paar Stunden nervt, weil er Mitglied in diesem Video sein will, ich wollte das nicht, weil er mal nervt, das versteht man halt, ja, ähm, Projekt nämlich Themenpark Tekun 2, auf Roblox schon mal, Sound und Aus wollte jetzt keine, ähm, ähm, Corporate Probleme mit YouTube haben oder so, ja, ähm, ihr seht, das gemerkt ein bisschen, hat halt die Zusammenhänge schon, und was will er jetzt schon wieder, ja, begonnen als, oh mein Gott, der nervt so sehr, das ist ein Spanier, nervt, er will halt unbedingt dabei sein, äh, also ist es halt, ähm, ach, sie, ja, wie gesagt, dieses Projekt, das wird jetzt halt mal beginnen, macht mir halt ziemlich viel Spaß, mir geht auch vor, meine schöne Generals Outfit hier, ich hab zwar auch ein anderes Outfit, allerdings ist das Outfit dann das komplett identisch mit dem eines YouTubers, mit dem würde ich dann sicherlich Probleme kriegen, ähm, deswegen hab ich mir dieses Generals Outfit jetzt einfach mal geholt, kostet auch nur 10 Robux, insgesamt zusammen, also die Hose und das Oberteil kostet 5 Robux, beim Face und bei den Haaren war ich mir jetzt immer so sicher, wie teuer das waren, Animationen hab ich jetzt einfach mal rausgenommen, die stören sonst, ja, ähm, außerdem will ich höchstwahrscheinlich auch hier ankündigen, auf einen höchstwahrscheinlichsten Stream, ich weiß nicht, ob er noch heute rauskommt, und zwar die Bloxy Awards, die siegten Bloxy Awards, auch Roblox, gucken wir mal wieder, überdenk ich mir noch, ich soll ja bis zum 30. gehen, und der nervt da, Moment bitte, das ist ein nerviger Film, trotz dass ihr es ein paar Abonnenten habt, ist ja ziemlich nervig, rennen wir jetzt mal weg, der ist doch blöd, ich kann ihn nicht aufstehen, ja genau, er soll abhauen, er soll abhauen, da kommt nicht ab, er sprengt da rum, ich will das euch jetzt einfach mal eben zeigen, dieser schöne Park, ist irgendwie was Besonderes, von meiner Seite aus, was sehr Besonderes sogar, er ist was Besonderes Großes, das finde ich, ich will zwar nicht auf dem ersten Platz, oh mein Gott, der nervt so sehr, der nervt, der nervt so sehr, und ihr wundert euch warum, weil ich jetzt hier diesen Baum stehen habe, ich fand ihn schön, außerdem hatten wir hier in Deutschland, die ist ja kein Schnee, und deswegen wollte ich unbedingt diesen Baum haben, hier mit diesen Schneekanonen, ja wie gesagt, wann das Projekt startet, weiß ich nicht, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es euch wünscht, oder wenn ihr euch lieber was anderes wünscht, ich werde eure Wünsche beherzen, hoffe auch auf viele Wünsche, so dass ihr immer noch Verständnis dafür zeigt, dass es hier aktuell auf dem Handy ist, nicht auf dem Laptop, der Laptop steht mir Tiro Tiro Tagsüber zur Verfügung, Schnee, 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 Fritte, Feuer, Eiger, Kuchen, lieber Schneemann, der ist überflüssig, finde ich eigentlich, ja also, wie gesagt, ich habe auch sogar schon einen Discord Server, ich habe mich sogar schon seit knapp zwei Monaten, da hatte ich nämlich die Idee damit, ja habe ich jetzt gestartet, bin ich jetzt dazu gekommen, die sind schon 10 bis 15 Minuten, glaube ich, auf dem Discord Server, sind meistens Klassenkameraden, die mich unterstützen, oder Freunde, ja, ähm, seht ihr, was ich meine mit dem? Der nervt. Er nervt, er nervt, er nervt höllisch, und deswegen wird er auch niemals hier reinkommen, das ist aussehen in der Markt, ich weiß nicht, ob er jemals da reinkommen wird, lol, wut, ja, bestes T-Shirt, besser Gag, komisch, ja, ähm, ich spring jetzt einfach mal hier auf diesen Baum drüber, und dann gehen wir hier hin, dieser Park ist schon länger was von mir, ähm, an dem Park habe ich insgesamt bisher 30 Stunden gearbeitet, das kann das Spiel nämlich auch anzeigen, glaube ich, ja, das kann es sogar, also ich glaube zumindest, dass es knapp 30 Stunden sind, wir können ja mal gucken, wo das hier steht, ähm, bitte beachtet nicht meinen Namen, ich möchte keine Freundschaftsfragen fragen, kriegen, ich kann mir sowas nicht leisten, 36 Stunden, ja, äh, heftig, ich weiß, ähm, ist jetzt egal, das war jetzt eigentlich nur ein Ankündigungsvideo, hat sich jetzt heute rausgezogen, ist ja auch nicht so schön, seht auch erstmal mein vorläufigen Charakter, ich habe insgesamt mehrere Charakter, ich gebe nur Robux aus, tonnenweise Robux, ich gebe momentanlich aus, und, ja, hoffe es hat euch erstmal gefallen, man sieht sich, wenn es jetzt macht, dann wisst ihr schon mal Bescheid, und dann, bleibt mir treu, man sieht sich, Tschüssi!